Hallo und herzlich willkommen auf Ausfahrt TV News. Nach einer sechsjährigen Pause feiert Aston Martin die Rückkehr seines prestigeträchtigsten Topmodells. Klar, ich spreche vom Aston Martin Vanquish. Der neue Grand Tourismo bleibt der Tradition treu und verzichtet auf jegliche Elektrifizierung. Stattdessen setzt der britische Luxusautobauer erneut auf einen mächtigen Zwölfzylindermotor, dessen Gewicht durch eine Karosserie aus Carbonfasern ausgeglichen wird. Unter uns? Nun kann man von mir aus einen neuen James Bond drehen. Das passende Auto gibt es nun wieder. Im Herzen des neuen Vanquish legt ein weiterentwickelter 5,2 Liter V12-Motor, der ursprünglich aus dem Vorgängermodell DBS stammt. Zahlreiche Modifikationen, darunter ein überarbeiteter Turbolader, neue Pleuel, eine optimierte Nockenwelle sowie ein verbesserter Zylinderkopf sorgen für beeindruckende Leistungswerte. Spielen wir eine Runde Autoquartett. 614 Kilowatt, 835 PS, ein maximales Drehmoment von 1000 Newtonmeter. Ursprüngliche Überlegungen auf eine Kombination aus V8-Motor und Hybridtechnologie zu setzen, wurden offenbar verworfen. Glücklicherweise werkelt hier nun auch keine 2-Liter-Luftpumpe im Zusammenspiel mit einem Elektromotor. Britische Grüße nach Affalterbach. Stattdessen setzt Aston Martin auf eine bewährte Achtgang-Automatik, die im Zusammenspiel mit dem V12-Benziner nicht nur eine hohe Endgeschwindigkeit von 345 kmh ermöglicht, sondern auch für eine beeindruckende Beschleunigung sorgt. Der Sprint von 0 auf 100 kmh gelingt innerhalb von nur 3,2 Sekunden. Zugegeben, in Zeiten der Elektro-Super-Sportwagen klingt das schon fast langsam, ist aber dennoch beeindruckend und eine Meisterleistung der Motorbaukunst. Da könnt ihr gerne Lester nämlich Boomer oder Ewiggestriger nennen. Ich mag großvolumige Motoren mit vielen Zylindern. Das ist für mich Kunst. Und das bringt mich jetzt natürlich zum Thema Design. Die Karosserie des neuen Vanquish besteht größtenteils aus Kohlefaser, was ein Trockengewicht von nur 1774 kg ermöglicht. Dazu tragen auch Schmiede, Räder und Carbon-Keramik-Bremsen bei. Ein elektronisches Sperrdifferenzial ist serienmäßig an Bord und soll die Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten weiter verbessern. Optisch fällt der neue Vanquish vor allem durch das markante senkrecht abfallende Cum-Hack auf. Trotz der modernen Design-Akzente bleibt das Coupé der klassischen Formensprache von Aston Martin treu, wirkt jedoch etwas länger und flacher als seine V12-Vorgänger. Reklame, Werbung, Anzeige. Hier oben und unten in der Infobox verlinkt unser Produkt des Monats. Im Innenraum erwarten die Insassen ein modernes und hochwertiges Ambiente, das mit einem zeitgemäßen Infotainmentsystem und einer überwiegend physischen Steuerung durch Schalter und Knöpfe punktet. Abzüge in der B-Note gibt es für den, wenn auch sehr zurückhaltenden Einsatz von Klavierlack im Innenraum. Einen Pluspunkt gibt es für das Bauers von Wilkins Audio-Paket. Das klingt sicherlich großartig, sofern man die Klappen der Abgasanlage geschlossen hat und den V12 nicht hören möchte. Zu den Preisen für den neuen Vanquish hat sich Aston Martin bis dato noch nicht geäußert. Man muss jedoch davon ausgehen, dass der Einstiegspreis deutlich oberhalb der 300.000-Euro-Marke liegen wird. Die Produktion ist auf rund 1.000 Fahrzeuge limitiert. Die ersten Auslieferungen sind für Oktober geplant und ich wäre nun wahrlich gerne James Bond und hätte die Nummer 007. Ihr kennt das Spiel, eure Meinung in die Kommentare, Like und Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns morgen wieder. Also bis dann machen wir uns gemeinsam schönen Frauen und Lenz. Bis zum nächsten Video, euer Jens. Ciao. Bis zum nächsten Video, euer Jens. Bis zum nächsten Video, euer Jens.